Herzlich Willkommen in Berlin, Herr Selensky. Wir sind arm und auch nicht sexy. Hallo, Herr Scholz. Haben Sie mehr Panzer für mich? Ja, Moment. Kommen Sie doch erst mal an. Okay, aber später Panzer, ja? Ich muss erst mal Herrn Pistorius fragen, ob wir noch welche haben. Sie haben, Sie haben. Ich weiß, Sie haben. Können Sie bitte aufhören, meine Hand zu schütteln? Oh, Verzeihung. Wie sieht es prinzipiell aus mit Kampfjets? Was haben Sie so rumstehen? Vielleicht Tornado? Unsere Tornados sind gerade in der Werkstatt, aber vielleicht klären wir das später in Ruhe. Nein, nein, nun natürlich. Keine Eile. Ich habe Zeit. Aber auch nicht so viel. Kennen Sie schon die neue Willi? Nun natürlich, Blerk. Links ab. Für die Klassbite. Sneakers für Linkshander!